Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Musikfreunde, wir Musikschule Ton haben extra für euch ganz viele tolle Aufnahmen gemacht und das hat uns wirklich Freude bereitet, für sie diese wunderschönen Videos bei uns zu Hause zu drehen. Also sie werden jetzt sozusagen ganz viele kleine Wohnzimmerkonzerte erleben. Was ich vielleicht noch hier in diesem Video erwähnen möchte, wir möchten, dass in dieser schwierige Zeit, dass Weihnachten immer noch Weihnachten bleibt und dass ihr in diesen Weihnachtstagen oder in diesen Adventstagen, was wir jetzt noch haben, dass ihr diese Ruhe habt und diese Gelassenheit und diese Freude an Weihnachten. Dass es uns nicht geraubt wird. Jetzt sehen Sie das tolle Ergebnis unserer Trotz-Corona-Maßnahmen. Genießen Sie es und ich hoffe, dass es Ihnen Freude bereitet, uns zuzuhören. Schöne Weihnachten und gesegnete Adventszeit. Tschüss. Schöne Weihnachten und gesegnete Adventszeit. Tschüss. Schöne Weihnachten und gesegnete Adventszeit. Schöne Weihnachten und gesegnete Adventszeit. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Musik